Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute gemeinsam den Grundstein für den Erweiterungsbau hier an der Ricarder Hoch legen können. Das Gymnasium Ricarder Hochschule wird mit diesem Erweiterungsbau eine bauliche Schulentwicklung erfahren, wie es sie seit dem Bezug des Bestandsgebäudes hier nicht erlebt hat. Es werden die fünften und sechsten Klassen an den Hauptstandort hier an der Mendelssohnstraße kommen und endlich werden alle Klassen am selben Ort sein und eine Gemeinschaft kann dann eben doch noch mal ganz anders wachsen. Eine Gemeinschaft, die noch umfassender sein wird, wir haben es alle gehört, die Ricarder wird zukünftig eben dann fünfzügig sein. Mediathek, zwei Fachunterrichtsräume, Kunst mit Sammlung, zwei Fachunterrichtsräume, Musik mit Sammlung, alles das und noch viel mehr. In dem Erweiterungsbau sollen 20 allgemeine Unterrichtsräume, wie es so schön heißt, Platz finden. Außerdem auch das, auf das die RS bisher verzichten musste und was wahrscheinlich für euch ganz wichtig sein wird, die Aula mit 400 Quadratmetern. Das war tatsächlich das einzige Gymnasium in Braunschweig ohne Aula und auch das werden wir glücklicherweise ändern.